Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Ähm, ah, ihr seht's wieder. Wir waren hier das letzte Mal stehen geblieben. Ja... Worte. Ah, hä? Warum? Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt den Baum. Ja, da ist er. Jetzt geht's auch wieder. Und... Wir haben... Seht ihr schon? Wir haben so eine Fähigkeit, dass wir mit einer Axt die richtig schnell abbauen. Ja... Wieder nur... Einserzeh... Mal schauen, da kommen wir nochmal was raus. Echt? Ähm... Hä? Warum habe ich eine Global New Season gestartet? Hm, egal. So, ja... Da ist kein... Kein Knochenmehl. Hm... Ja... Dann gebe ich wieder Fly. Oh... So... Und dann... Was machen wir denn jetzt? Ah... Genau. Jetzt brauchen wir erstmal... Steine. Ja... Und... Jetzt nehmen wir noch mal die. Ja... Jetzt nehmen wir noch die. Steaks... Steaks... Hier so... Und dann... Und Spitzhacke. Und dann können wir daraus auch besser machen. Hm... Ja... Das würde ich dann da hin machen. Das würde ich dann da hin machen. Ja... Jetzt ist... So... So... Und dann... Eins... Zwei... Drei... Oder macht man... Zwei... Vier... So... Und dann das da weg. Dann... Das da hier umwandeln. Und dann das da hier rein. Dann haben wir eine unendliche Wasserquelle. Die können wir dann hier reinsetzen. Das da dann drüber. Und dann können wir noch... Hier... Hier... Und das ist auch so ein... Ja, so... Minecraft-Ding. Ihr seht doch da... Genau da, wo hier... Die Lücken sind... Da... Geht das Wasser hin. Also ihr seht das so schief. Wenn ich jetzt hier was hinmache... Dann ist das da gerade, wenn ich hier was hinmache. Dann ist das auch gerade... Wenn ich da was hinmachen würde, wäre es auch gerade. Kann ich euch mal zeigen. So... Und noch einen. So... Und zack... Und jetzt ist es... Ganz gerade... Hier überall. Ja... Dann... Hier auch... Ja... Das reicht. Und... Ja... Was machen wir denn jetzt? Hm... Das haben wir hier... Genau... Dann würde ich das damit auch machen... Dafür brauchen wir wieder... Sowas... Ja... Okay... Komm... Näher... Komm her schon... Ja... 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 Wir können uns hier auch mal ein Grundstück nehmen... Ja... Ja... Noch... So... Dann machen wir uns... Jetzt... Wieder auf Latten... Dann machen wir das hier größer... Da auch... Und dann hier... hier... Dann hier noch... weiss... Ja... Ja... Und die Bitchen... Dann noch hier hin machen... Ja... Ja, also unsere Insel wird immer größer, dann nehmen wir jetzt das hier, das da und das hier und den Eimer und noch Steine. Warte, das reicht. Dann machen wir... Hier das, hier das. Nein. Ach man. Das nervt. So, jetzt geht's wieder. Dann... Dann hier. Und so. Ja, wir brauchen zuerst Wasser. Dann den Captors hier. Ja. Dann machen wir uns noch mal solche Slaps und bauen die hier hin. So. Dann brauchen wir noch mehr Steine. So. Und dann bauen wir hier auch noch. Und dann nochmal drei. Bye. Bye. Ja. Dann machen wir uns noch mal. Ja. Okay. Dann machen wir uns noch mal. ja ich weiß ein kaktus braucht gar kein wasser aber ich lasse es jetzt mal einfach so weil ja weil dann habe ich alles hier und nicht so verteilt dann wollen wir uns noch mal ein bisschen erde hierhin hierhin da kommen dann noch mal bäume hin und dann können wir jetzt steine ich mache jetzt einfach mal ein steck dauert zwar lange jetzt könnt ihr auch mal den zimmer karotten wieder voll wir haben noch acht minuten so ungefähr und ja kann hier in diesem partie noch machen vielleicht noch eine farm bauen oder ja wir können auf jeden fall also die plattform erstmal erweitern oder nein wir sammeln nur steine diese folge jetzt noch und dann bauen wir noch die plattform also im nächsten part bauen wir dann die plattform weiter ja ja so noch ein bisschen dann haben wir beide steig auch jetzt kommen noch drei steine naja doch noch fünf oder ja noch fünf eins zwei drei vier fünf das machen wir jetzt dann doch noch ein bisschen ausbauen ja dann haben wir zwei sechs das machen wir jetzt dann doch noch ein bisschen ausbauen und auf dieser seite hier auch noch ja 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 da ja 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 So, dann Läste abbauen. Und dann hier noch um eins. Hä? Manchmal spiel ich nicht. Warum? Das verstehe ich auch nicht. Dann hier noch zwei, äh drei. Und dann hier drüben. Ja, dann ist unsere Insel schon größer. Auf jeden Fall. Hm. Ja. Die tun mir in die Kiste. Was ist das hier? Ja. 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 Und dann hier. Ja. Das ist unsere kleine Baumharm dann. Ja. Hier hat ihr eine Erde, können wir hier behalten. Und. Ja. Hier ist auch Gras gewachsen dann. Ja, wir haben hier noch ein bisschen. Schauen wir mal. Ja. Ja. Hier können wir auf jeden Fall noch einen zweiten Stock machen. Ja. Ja. Und dann können wir das schaffen. Ja. 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 Da ist dann noch mal die Folge vorbei. Ja. 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 So, holen wir jetzt noch einen Stack in der Folge und dann geht's in der nächste Folge weiter. Ich hoffe, das Zuckerrohr und der Kürze und die Bäume wachsen auch, aber wir haben echt wenig Sätze, als ich es das letzte Mal getestet habe, da habe ich 10 aus einem Baum rausbekommen, ja okay, da habe ich 3 aus einem Baum rausbekommen und dann hatte ich da 5 Bäume und dann hatte ich am Schluss, weiß nicht, richtig vieles erzählen. So, danke. Ja, so. So, dann nochmal, so, haben wir jetzt zwei Stacks, dann machen wir die vier hier noch hin. So, ja, und das war's dann mit der Folge. Unsere Insel ist gewaltig gewachsen, in drei Parts. Und, ja, ähm, ja, also dann, dann würde ich sagen, tschüss und, ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir, ja, wieder Sky Ice Land weitermachen oder Sky Block. Und, ja, das wird, dieses Projekt wird jetzt länger sein. Ich werde natürlich noch die Mod-Verstellungen und so, Minigames und so weiter machen. Aber, ja, das ist jetzt erstmal das, was ich jetzt, ja, so mache. Und, danach, weiß nicht, ich mache, wie das Projekt wird, bis vielleicht Folge 20 oder so gehen. Und, ja, danach schauen wir dann mal, wie es dann so ist. Vielleicht mache ich dann weiter, vielleicht auch nicht. Und, ja, nochmal essen. Ich könnte die Karotte ja auch essen, aber ich mache lieber linksweg als rechtsweg. Und, ja, okay, also dann, das Zucker rausgewachsen. So. Ja, und wir können ja auch mal so ein, ja, vielleicht jede Woche bekomme ich ein Item, so, also ein Item, was ich mir aussiebe. Zum Beispiel ein Sand. Oder ein Diamant und so weiter. Das können wir ja vielleicht so machen. Aber nur vielleicht. Ja. Das war's dann mit dieser Folge. Und dann versuchen wir nochmal die Blockade hier zu springen. Das geht nicht. Doch, nein. Okay, also dann tschüss und bis zum nächsten Mal.